hallo leute und willkommen hier zum finale des playmobil adventskalenders back to the future es gibt nur noch ein törchen zum öffnen und dann haben wir hier alles komplett zusammen und es ist echt ein schönes kleines diorama geworden und hier steckt unser dog brown trennen von 1955 der dann diese uhr runter rutscht an dem kabel entlang ja der ist wirklich schön der gefällt mir sehr gut also wo ist da ist das ist doch brown 1955 mit ja schon etwas lichterem haar hier den augenbrauen absolut hier diesen pulli den er da an hat ihn erkennt man sofort mit seinem kittelchen schön gemacht doch gefällt mir echt gut und der kollege der bekommt dann wohl auch noch hier die handschuhe jetzt angezogen von mir ich denke mal sie sind für ihn so die waren ja gestern drin im türchen 23 und dann können wir auch gleich mal den test machen den sie den rutschtest denn wir haben ja hier von unserer uhr das seil gespannt hier runter zu dem mast und da muss jetzt natürlich doc brown beweisen dass er da auch runter rutschen kann also versuchen wir es und dazu klippen wir einmal hier seine hand in diese kleine halterung ein führen ihn nach oben denn von da muss er ja hier runter rutschen um noch schnell das kabel zu verbinden und ja funktioniert wie eine 1 man muss halt nur schauen dass es schön gespannt ist ja und damit wäre der adventskalender für dieses jahr beendet ich hoffe ihr hattet etwas freude dran ich habe den wie gesagt geschenkt bekommen und dachte kommt dann mache ich auch ein video drüber für jeden tag ist ja eine ganz nette geschichte und ich muss sagen er ist echt schön durch diese pappkulisse gewinnt das ganze unheimlich dadurch dass man dann eben hier diese szenen so ein bisschen nachstellen kann und hinterher auch das ganze sich irgendwo ins regal oder so stellen kann und sich dann auch daran erfreut von denn wir haben hier die unterschiedlichsten sachen einmal hier 1985 als sie den ersten test gemacht haben da müssten wir allerdings dann das ganze mal so rumdrehen glaube ich twin pints mall mit ja hier marty mit videokamera nummernschild schutzanzug doc brown hier natürlich mit dem plutonium behälter und dem ganzen kram was so dazugehört dann kommen wir dann ins jahr 1955 mit biff tennen hier unserem bully dann marty mit skateboard hier der aufsteller für den tanz unter dem seetang ganz cool ja noch hier das wackelbildchen wo man dann hier eben die geschwister von marty verschwinden lassen kann so wie es im film auch war also so war noch alles in ordnung so zeitlinie nicht mehr so gut also auch sehr schön dann hier diese ganzen kleinen details so kleinkram der noch dabei war walkman dann natürlich hier mal so diese zeitungsgeschichten dann hier unsere jennifer von 85 marty von 85 hinten mit der e-gitarre dem verstärker rucksack eine bank zum drauf sitzen und dann natürlich hier noch mal die delorean fahrspur mit flammen mit dem gespannten kabel echt 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 schön gemacht was jetzt hier natürlich fehlt ja ist der delorean der hier durchfahren kann aber meine freundin hat natürlich an alles gedacht und hat mir dazu nikolaus tatsächlich noch den delorean geschenkt wunderbar da habe ich mich echt gefreut und habe ihn auch noch nicht ausgepackt also werde ich das jetzt demnächst noch tun der playmobil back to the future delorean mit beleuchtung ganz cool hier flux kompensator steckt auch mit drin noch mal ein gott braun noch mal marty und einstein ja sehr schön also so ganz fertig sind wir damit noch nicht ich bin ja eigentlich gar kein playmobil fan oder typ oder so sondern ja ganz viel mehr hier lego und klemm bausteine aber das hier das macht einfach ja mein nostalgie herz richtig schwach und deswegen habe ich da freude dran gehabt ich hoffe ja auch und dann schaltet auch beim nächsten mal wieder ein dann bauen wir irgendwann mittwochs mal zu meinen ja gilt die pleasure videos hier den delorean noch zusammen also ich wünsche euch schöne weihnachten und bis bald woher mir apple cat macht's gut